Herzlich Willkommen zu den neuen WS News, wir haben die Kollywood jetzt hier bei uns im Bild hier und ihr habt hier das Ding ja angeteasert, wo wir die präzise Schlachtschiffe, die Kollywood ist auf Stufe 7 hier angesiedelt und wir gucken uns Werte genauer an. Die Kollywood hat hier 58.500 Leben, 16mm hat Panzerungswert und eine Hauptbatterie von 3x2, 419mm Kanonen, yeah. Das ist sozusagen der höchste Kaliber auf Stufe 7, was das Ding besitzt, wir können auch bis Stufe 9 kommen oder bis Stufe 5 kommen, also es schwankt immer. Also Schlachtschiffe, wenn die Kollywood einen guten Tag wünscht und mit 400, ich gründe es einfach auf 420, also da kommt schon eine relativ gute Salve hinaus. Wir haben dafür 19,1km Reichweite, eine High Damage von 6.150, wir können bis 17mm Deckbrand durchschlagen, Brandverschneidigkeit von 47, eine Mindestgeschwindigkeit von 792m pro Sekunde oder eine maximale AP Damage bei 13.000, Mindestgeschwindigkeit von 747m pro Sekunde, eine Leitungsgeschwindigkeit von 25 Sekunden. Also für knapp 420mm Kanonen, 25 Sekunden Reload, das ist schon extrem geil, aber teilweise für mich mein Geschmack viel zu gut. Also Reload ist für mich mein Geschmack zu gut für den hohen Kaliber. Ich überlege, die Colorado hat 30 Sekunden, die, ähm, der, ähm, glaube ich, wir haben auch noch welche, die, wie heißt der, der andere komische, also, es gibt Schiffe, die, ähm, der, wie heißt der nochmal, der 7er Russen, der hat, glaube ich, 32, 33 Sekunden Reload, also hat auch, ne, hat 406mm. Also, viele Schiffe, so ein paar Schiffe, mit, äh, mit den 4 und 6 haben relativ hohen Reload, also, ich, wir haben hier 424 Sekunden Reload, ist eigentlich ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. 180 Grad drehen wir, da sind wir bei 45, Streifen von 251, Sigma von 2, oh, bitte was? Sigma von 2? Ach du Scheiße. Äh, das ist aber ein bisschen zu gut gemeint. Wir haben eigentlich ein Schiff, was Nielsen wert, also ein Schiff, was Nielsen ist, ja. Und Sigma von, von 2, guter Video, guten Kaliber, boah, das ist aber ein Kombination, oh, 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 okay, das ist eher so ein Sniper-Schiff langsam. Autsch. Aber wie gesagt, das ist Work of Progress, wir wissen uns nicht, wie die Kalle gut wird, aber so groben Werte, so, wie für die Hauptbatterie, ist das eher ein Sniper-Schiff. Autsch. Zeck nicht, sie resistiert sich kein Schwein, Flughafter, genauso wenig, dafür sind wir 25 Kiloten schnell. Eine Kalle des Schiffs, wir sind bei 800 Metern, Time-Wert von 14,8, nee, Entschuldigung, Reload, haha, Reload, also nicht, Reload, äh, Ruderstellzeit. Ruderstellzeit sind bei 14,8, habe ich verwechselt, Entschuldigung. Jetzt sind wir bei Time-Wert von 14,6, ist ganz okay, ist, wie gesagt, auf Stufe 7, bis Runterschrauben kommen wir, ist irgendwas mit 13 bei Quetschte. Time-Wert von Flugzeilen sind wir bei 11 Kilometer und wenn wir in den Nebesitzenden sind, sind wir bei 1,5 Kilometer. Bei 14,5 Kilometer. Wir haben hier, äh, Damage-Control-Party haben wir und das nur normale Reperto-Party. Also grob im Ganzen ist eigentlich Werte wie, ähnlich wie die Nielsen, kann man sagen. Also die Werte von Nielsen, kann ich nicht so aus dem Kopf, weil ich fahre die Nielsen zu selten. Aber, was ich schon einen Riesen-Pluspunkt schon hier extrem finde, ist die Haupt-Batterie. Wir haben hier 24-Milimeter-Kanone, gute Reichweite von 19,1, das ist extra für T7, ist das extrem gut. Wir haben eine relativ gute, äh, gute HE, was wir extrem brachialen Damage drücken können und abfackeln können. Und, okay, Granaten, die HE-Granaten sind sehr schnell, die AP sind eher langsam. Guter Reload. Tugendgeschwindigkeit ist eh so ein Front, also ein Schiff eh eh, was man mit Front guckt. Streuwert ist sowieso ganz okay, aber Sigma wird, haben wir geil, zwei, wir haben einen Sniper, Nielsen, was wir hier, äh, was wir so haben. Denke gerade, also, ich denke mal, der Sigma-Wert wird hier noch ein bisschen rumgeschraubt, ah. Sigma hat von zwei mit 420 Millimeter, er träumt der Friedrich und der Kuhfürsten hier eigentlich. Die haben auch den 420, wir haben hier nur einen Millimeter Unterschied. Also, das heißt, freuen sich eigentlich die beiden Schiffe mit so einem geiles Sigma-Wert. Also, ich glaube, hier haben wir ein, so, Hauptbatterie überzeugt mein Schiff extrem, sehr gut. Aber, das Problem ist, ist ein Test-Schiff und da werden Werte rumgeschrauben. Wenn Sie, mhm, das Ding ist doch so gut als Sniper, müssen wir ein paar Werte ein bisschen rumschrauben. Äh, und machen wir den Sigma-Wert ein bisschen schlechter, wieder machen wir etwas höher, weil das ist für mich schon mal zu gut für den Kaliber. Also, da, ich wette mal, da wird der Reload ein bisschen hochgeschraubt. Bei 420, bei 25 Sekunden, was sei das, jeder T7 hat viele Schiffe auf Stufe, ähm, sie haben, die haben 406 Millimeter, haben hohen Reload. Kommst du mit Kornowürfe um die Ecke mit, äh, Klapp 25 und, äh, hast 5 Sekunden, 5, zwischen 5 und 7 Sekunden Unterschied, machst du einen brachialen Damage nebenbei noch. Pfff, ja, alles klar. Also, Damage-Geburtzeit ist hier relativ, wir sagen, der, äh, AP-Damage, wir sagen, ganz okay. Aber der Kaliber ist sehr heftig, weil, ich denke mal, der Reload wird hier etwas hochgeschraubt, und der Sigma-Wert, ich denke mal, der Sieg immer wird, ich denke mal, Reload und Sigma-Wert wird rumgeschraubt noch. Weil 25 Sekunden, wie der Sohn und Kaliber ist schon extrem zu gut. Also, äh, das, das sprengt eigentlich schon, bei, 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 bei viele Schiffe, ja schon. Weil viele Leute hier sehen Schiffe mit hohen Kalim mit 406 und so, äh, ist schon eigentlich schon zu gut gemeint. Okay, die, äh, okay, die, äh, Gleisung hat da etwas weniger, ja, da hat 380 Millimeter Kanonen. Äh, aber hier ist es ein bisschen extrem zu gut gemeint. Naja, wie gesagt, Reload und Sigma-Wert, ich denke mal, die beiden Faktoren, wenn, äh, ein bisschen geändert, weil, es kann nicht sein, du hast übelst guten, äh, guten Kaliber, guten Reload und gut Sigma-Wert. Es, kannst du fast ja eigentlich jeden Schlachtschiff, wenn der Breitzeit fällt, einfach komplett ins Zitadelle kloppen und gleich weg ist das Schiff. Ja, ich denke mal, Reload und Sigma-Wert wird noch rumgeschraubt. Das war der Kunde-Würf. Eure Meinung zu dem Tier-7-Schiff? Ich bin gespannt, wie das Ding, ich denke mal, da wird noch ein bisschen rumgeschraubt. Aber jetzt mal, erst Eindruck, wie ihr das Schiff persönlich findet. Ich denke mal, gutes Kaliber, gute Reload und guter Sigma-Wert. Also, das Schiff überzeugt mir eher das Kaliber und, äh, die Reload und Sigma-Wert. Aber ich denke mal, wie gesagt, da werden eher die, äh, Werte eher rumgeschraubt noch. Wenn es euch nicht verletzt, daumen hoch, wir sehen uns im nächsten Vorstellungsvideo. Wir sagen, wünsche euch noch schönen Tag, noch schönen Abend, noch bis das nächste Mal und haut rein.